hallo und herzlich willkommen wieder da freut mich dass ihr da seid ihr wisst ich bin ein großer fan von apple vom iphone habe mir das iphone 7 plus gekauft und ihr wisst ihr auch beim iphone 7 plus ist die neuerung und beim iphone 7 generell ist die neuerung der lightning anschluss es gibt keine kopfhörerbuchse mehr weg daher läuft bei mir in der regel alles wireless manchmal habe ich allerdings die lightning kopfhörer dabei ja und habe dann folgendes problem wie es zu erwarten war ich will entweder aufladen batterie oder ich will auf die ohren was kriegen hören beides gleichzeitig geht nicht bis jetzt bis jetzt weil jetzt hat endlich 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 belkin belkin hat den lightning audio plus charge rockstar adapter rausgebracht da ist er und ich will euch das ding mal zeigen von belkin belkin klassischer peripheriehersteller wichtig war mir hier die geschichte made for iphone und ipad also wir können davon ausgehen dass die neuen ipads genauso nur über lightning erreichbar sind mein ipad ich habe das ipad pro 12 zoll da kann ich noch einen kopfhörer anschließen aber das ist ein teil auf jeden fall habe ich mir gleich zwei gekauft einen für meine frau und einen für mich weil ich es einfach für enorm wichtig halte dass ich laden kann und gegebenenfalls hören kann oder andere lightning geräte anschließen kann und ich will euch das ding mal zeigen wie sieht es aus ich weiß nicht wie es ausschaut mache ich es mal auf habe hier das messer schön dabei und mache es auf es geht nicht auf es geht nicht auf ich reiße es jetzt auf so aufgerissen und wieso da ist ein lightning adapter es ist nicht mehr wer es ich mache eine präsentation ein video zu einem adapter ist das geil ok also ich nehme das ding mal raus hier sieht man was man machen kann man kann nicht gleichzeitig das ist eine gute sache also man kann natürlich laden und kopfhörer wie sich sein soll man kann kopfhörer und laden wie es sein soll ich kann nicht doppelweitig laden auch okay und das ist okay das ist wichtig ich kann nicht zweimal kopfhörer anschließen also ja das ist wichtig gerade meine tochter hört immer sehr viel mit einer freundin zusammen das geht dann nicht also das geht mit dem adapter nicht was ist noch drin in dem ding tolle fans irgendwelches plunder irgendwelches garantie zeug und sonst ist nix drin ja schauen wir mal den adapter an wo wunder wir schauen den adapter an boah ist das spannend wir gucken den adapter an also was macht dieser adapter so hier ist lightning auf der einen seite und wunder zweimal lightning auf der anderen seite also es kommt da rein steckt drin da kommt dann der strom rein und da kommt dann der kopfhörer rein oder da kommt der kopfhörer rein und da kommt der strom rein also ich glaube es ist eine wichtige erweiterung ich habe es auf jeden fall immer dabei immer am mann in der tasche und das ding heißt lightning audio plus charge rockstar rockstar long live rock'n'roll okay also wird gekauft danke bis zum nächsten mal